ARD Text im Auftrag von Funk Alter, chill doch mal, sonst kannst du dich gleich von deinen Füßen verabschieden. Ja, ich hab keine Zeit mehr zu füllen, Digga, ich muss jetzt durchpowern, Digga, durchpowern! Alter, das hör ich gerne! Was machst du denn hier so einen auf Streber, hm? Digga, ich hab so einen Anschiss bekommen, Digga, wenn ich jetzt nicht abliefer, dann hab ich Ligaverbot! Dafür hörst du doch mich. Soll ich mich besser finden, oder was? Ich sag dir mal was, wenn du irgendwie vorankommen möchtest, dann musst du erst mal mit dir selbst im Reinen sein, hm? Und was gibt's da Besseres, um den Kopf klar zu kriegen, als... PUMPEN! Willkommen zurück bei Muskepacken! Dem geilsten Fitness-Channel auf dieser Seite des Ufers! In den letzten Wochen habt ihr gelernt, wie man richtig greift, wie man ordentlich pumpt und mit Genuss zum Abschluss kommt. Klar, macht das Ganze alleine Spaß. Aber wenn ihr an eure Grenzen gehen wollt, dann ist es Zeit für eine Challenge mit eurem Trainingspaar. Da könnt ihr so richtig abgehen und euch gegenseitig anfeuern, bis ihr beide am Ziel seid! Ready? Oh nicht! Wie 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 MIT! UNTERTITELUNG JET! JA all YEAH! JA ALL KIH sind die Damen und Kleinen! Stinke! Voll mal schreit. So. Rebolade. Nicht schlecht, Junge. Aber bist du schon bereit für einen Fischtest? Fischtest? Ich geb dir eine Kostprobe und du sagst mir, was für ein Fisch das ist. Nur wer den knackt, taugt überhaupt zum Smoothie. Easy peasy. Schnauze! Ha? Selbst die Besten fallen mindestens fünfmal durch. Der Rekord liegt bei vier. Wer hat den? Dreimal darfst du raten, hm? Was glaubst du? Also hast du sowas wie den schwarzen Gürteln Fisch und das hier ist dein Cobra Kai? Ich kenn nur den Aal Kai und der ist vom Fischmarkt. Also los! Maul auf! Augen zu! Seelachs! Mann, Mann, Mann! Seelachs gibt's nicht, du Fischstäbchen! Wie oft muss ich erst noch erklären, ha? Okay, okay. Den Rest krieg ich hin. Na, mal offen. So, rein damit. Wo ist Barsch? Steinburt. Seezunge. Kabeljauw. Fischereihafenrestaurant, schön gut. Einmal Dorade. Salzkartoffeln statt Rosmarinkartoffeln. Wir verstehen uns? Ja! Keine Lieferung. Ich komm vorbei und hol das Essen selber ab. In 15 Minuten bin ich da. Okay. Alles klar, ja. Vielen Dank für Ihre Bestell. Ja, Mann. Oh, warte ganz kurz. Fischereihafenrestaurant. Bin schon unterwegs. Lass mich nur nicht warten, wenn ich ankomme. Ja. Ja. Nein, nein. Sie können... Ha! Matrose! Steht hier Lapschaos oder Dorade? Äh... Dorade mit, äh... Salzkartoffeln. Ei! Ich kann das Restaurant schon sehen. Ich hoffe schwer für dich. Das Essen ist schon fertig. Aber... Ah... Moin! Ey, was geht dran? Meine Bestellung. Für wen? Ist hier neuer? Für mich! Moritz Fürstl? Okay. Bester Hockeyspieler der Welt. Weltmeister 2006, Olympiasieger 208 und 12. Bronze in Rio. Ey, wirklich? Eine Sekunde. Wow. Ah, jetzt willst du ein Selfie, oder? Komm. Wow. Kasim? Kommst du mal? Was geht da? Ist alles okay zwischen uns? Ja, alles gut. Was soll es sein? Ich dachte nur, du bist so ein bisschen komisch seit meinem Date. Wird es ein Date? Ich wusste gar nicht, dass du ein Date hattest. Aber ich freue mich für dich. Okay. Training und so. Arbeit ist stressig. Vergiss mir einfach die unwichtigen Sachen. Ja. Nee, klar. Kenn ich ja auch von mir. Also ist alles cool zwischen uns? Alles cool. Wie läuft es eigentlich mit deinen Typen? Ach, naja. Der war am Ende voll der Arsch. Aber für ein paar Nächte war er ganz nett. Ich meine, der Typ hatte echt einen riesigen... Riesigen. Uuuuhh. 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 Und vielleicht war es nur ein Dream. Erfolgen fällt das meine Eminem Show. Genug gestruggled, boys. Ready to go. Vielleicht nicht der nächste Deutsche in nem Packers Trikot. Trotzdem younges MVP, als wär ich Patti Mahomes...